so mein damen und herren willkommen jetzt zurück zu einer neuen folge vom landwirts seminar 2019 ich freue mich dass ihr herzlich wieder hier wunderschön eingeschaltet habt ich habe ein bisschen vorgespielt das seht ihr auch an dem dass die pferde mehr geld einbringen jetzt wir müssen natürlich auch auf den reitenmittel man sieht auch die sind nicht ganz so gut aber wir brauchen das mal heu wieder müssen uns die stroh brauchen wir langsam wieder stroh ist nämlich ausverkauft und wenn wir schon mal gezeigt haben kaufen uns einmal stroh und zwar brauchen wir rund beim weizenstroh ist es das beste dass es eben rein geht ja weil es nicht kaufen abholbereit das wünsche mir schon mit ihm da warum kommt heute der part oder was haben wir vorbereitet ich habe es sind alle felder bestellt alle felder sind so weit fertig und wir können die helfer fahren lassen wir können die helfer machen lassen derzeit wenn wir unser weizen stroh holen und dann kaufen wir uns die nächsten sachen für uns im hof aber wie gesagt erstmal geben wir mal unser stroh hier mit ein bisschen kurz anheben und rüber los geht's ja ich freue mich extrem weil wir haben jetzt wieder viele sachen die wir machen müssen viele sachen die wir machen können ich habe lange gebraucht um alles vorzubreiten alles vorzuspulen und 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 wir lassen natürlich auch alles gleich nach und nach 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 und nach die fälle da sind bewirtschaftet sind hier dings weg die 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 das unkrot ist weg und wir müssen nur irgendwann mal dünger und kalk kaufen soweit muss man auch noch mal denken nur muss ich gucken wann man düngt wie man düngt wann man kalkt und sowas aber wir verlieren das sowieso ab dem nächsten wort irgendwann mal ein feld und zwar das feld 20 müsste sein da werden für uns ein neues tierchen gehen und zwar wahrscheinlich die scharfe bin ich mal gespannt ob das so wird wie ich mir das denken kann so gut wird wenn wir dann später sehen jetzt haben wir erstmal unser stroh abgeholt dann gehen wir wieder raus aus der perspektive ja für mich ist heute der wo schlacht mich dort 7 februar dann bin doch einfach mal beurechnen wenn man ein kleines kleines wetter und wir uns keine gedanken dass das so jetzt habe ich mal noch meine kleinen weg mit ihr warum macht er helfe aus falsches feld aus irgendeinem Grund hat er das erwis wer weiß was der sich da einfallen gelassen hat aber hier geht es weiter jetzt haben wir jedenfalls eine Frau am Steuer ja ich weiß Frauen am Steuerungeheuer stimmt aber nicht immer das klappt so wie ich das will nein ich will es nicht so nehmen wir es doch mal kurz an dann müssen wir noch mal können wir wir müssen ja nicht ein bisschen starten dass wir nebenbei noch ein kleines bisschen Geld verdienen runter so andocken stellen wir es wieder und dann könnten wir wieder anmachen funktioniert wunderbar dann gucken wir mal was haben wir denn wunderschönes als Nebenmissionen so zum Geld verdienen hier Aufträge ernten was haben wir denn da zum ernten dann transportieren kuh für 800 das ist aber auch nicht viel ohne ein bisschen Geld 10.000 oh nein plusgene getoffeln vergiss es nie wieder hier sind wir bei Rüben Ballen pressen dann wäre ich fast für Rüben ernten Feld 31 ist das groß bloß hier unten noch das ist sogar ne ne das Shop ist äh wirklich sogar bin ich eigentlich dafür ich glaube für die haben wir doch damals auch äh das Feld ausgesät warum ach ne ist richtig das sah gerade wieder falsch aus da sind wir schöne Ernte Rüben äh Rüben Erntemaschine das ist hier schon ne hier ist alles ne das ist ja so ein Mörderding kann können wir ja gleich hinten raus fahren das ist ja hier Feld 31 das ist ja gleich das hier aber das muss auch ziemlich weit gefahren werden glaube ich ne für die haben wir damals ein Dach für die Frau haben wir jedenfalls angefangen decor oder ne 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 fuck wir könnten biroughs so eingemmals undpsilon ab wie es geht und die einmal queres feld so und manche schnell voll wir hören uns mit dem feld schon ein schön groß anhänger hier dazu hauptlich passt auch wenn der ball ist es ist der der mit diesen zylinder ausfährt. Das ist eigentlich auch geil. So, dann gehen wir mal auf ein Pferd und versuchen mal mit dem Pferd ein bisschen was zu schaffen. Weil die müssen ja auch ein bisschen weiterkommen. Ich kann aber auch bald langsam loslegen lassen hier. Beginnen. Damit er mit dem Pferd weiter reiten wird. Mit den Seen will ich eigentlich noch nicht machen, weil ich erst das Feld abmüchte. Stimmt genauso wie den hier. Ich will erst das Feld abernten und dann das neue Gebäude hinzupflanzen. Dann zu gucken, wie viel Platz ich einnehme. So, dann kommen wir her. Hey. Dann nehmen wir einen Forken. Ist auch kein Problem. So, uns gönnen wir jetzt hier drei Felder ab. Diese drei Felder sind jetzt so weit wie möglich bestellt. Sind relativ, also sind ausgereift. Das ist ja das hier hinten. Und es ist das gleich daneben. Wir haben die ganze Zeit, oder ich habe alleine dann die ganze Zeit noch gelüngt. Genau, was ist denn eigentlich aus unseren Bäumen geworden, wenn ich hier unsere Baumpflanzmaschine sehe? Sind das unsere? Nee, die sind immer noch klein. Das dauert schon seine Zeit. Ich habe jetzt so wirklich, wie lange ist denn das schon her? Seitdem wir hier also man erkennt langsam die Bäume mit raus. Aber überlegt mal, wie lange das eigentlich her ist. Also ingame mäßig ist das dann doch schon ziemlich lange. Also man sieht hier dann noch schon die ganzen kleinen Bäume hochkommen. So, wie weit ist denn Falken? Tiere. Falken, 26%. Da können wir mal zu dem anderen Feld rüber, zu unserem Helferfeld, sei ich jetzt mal dazu, hinreiten und gucken mal, wie weit das dort aussieht. Es ist, ich überlege immer noch, was ich mir als nächstes hole. Kommt auf an, wie viel Geld wirklich rausspringt. Vielleicht kann man sich ja auch sogar die Kühe leisten. Die brauchen zwar ihre totale Futteration. Die kann man sich auch kaufen. So ist es, glaube ich. Kann man die kaufen? Pickpacks. Schweine, Futter, Mineral. Ne, die kommen. Das war das, was in diesem Part, oder in diesem Teil ja nicht geht. Man kann die totale Futteration, diese TMR, kann man nicht kaufen. Muss man sich wirklich zusammenmischen. Und das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen können, weil wir ja das ganze Gerät brauchen. Das ganze Gerät brauchen. Also weit bist du auch gerade nicht. Aber die kostet mir nicht zu viel. So, Pferdchen, 50%. Geht ja wunderbar. Reiten wir noch ein bisschen zurück und dann können wir eigentlich schon das nächste Pferd wieder nehmen. Da können wir in den nächsten Parten, wie es aussieht, die neuen Tiere kaufen. Da ist mir noch die Überlegung, was da kommt als nächstes. Was können wir am meisten Geld verdienen? Geld bringen? In Wirklichkeit würde man, glaube ich, nicht mehr auf, ich meine, alles bringt ja nicht mehr so viel Geld. Also, Kuh, ähm, Kuh, wollte ich gerade sagen, äh, Molkerei, ähm, ach, ich weiß schon, was ich meinen, sagen möchte, geht ja auch schon ziemlich, ziemlich zurück. Ähm, deswegen, keine Ahnung, wie, was man da in Wirklichkeit, wenn es möglich ist, mit dem Pern so ist, hallelujah, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Dann können wir auch, nehmen wir auch mal Ruhe halten, und können wir mal gucken, was nochmal die totale Mischration ist, damit man nochmal, äh, gut, äh, abschätzen kann. Das ist ja fast schon, hey, vollen Tang. Gut, äh, hier. Jetzt gut, Silagefelder kochen, Pflege, Schweine, Schweine sind ja auch, äh, die kann man einfach nur verkaufen, und fressen tun sie eigentlich auch so alles, so gut wie alles. Hm. Machen braucht man ja auch eine Skühe dafür. Ja, totale Mischration. Gras, Heu, Silage, also, wenn wir, wenn wir Gras nehmen, haben wir ja auch keinen, es, es ist zwar scheiße, aber, totale Mischration, hier haben wir es ja. ist ein Misch, hm, also wir bräuchten allein schon Silage, das heißt, wir bräuchten noch einen Silagebehälter. Ähm, könnte man auch anfangen, also man kann anfangen, schon mal Silage herzustellen, dauert ja auch seine Weichen, und wenn wir das nicht leisten können, uns danach, äh, können wir ja immer noch, äh, die Silage verkaufen. Zwar auch nicht gewinn, gewinnbringend, aber man kann sie verkaufen. Ich glaube, das hier war sie gleich schon, 300, weil das ist schon, das ist schon nicht gerade wenig, so hattenvollen Tank, der ist fertig hier, und dann würde ich auch sagen, können wir den Part beenden, wenn ich da ganz, der Part gefallen hat, gibt noch einen da unten, lass dein Abo da, wenn ihr Bock dazu habt, und mir fällt gerade ein, es ist der hier voll. Und wir würden uns da voll, aber dann müssen wir uns mal, zacktämen Sieg. Ciao, ciao!